hallo jetzt sind wir immer noch in rotalben das zweite video zu dieser reihe da bringe ich dich zur bärenhöhle die war sehr interessant finde ich da habe ich ein paar fotos für dich gemacht guck dir das an genießt das ich finde das war wirklich geil also diese übereinander liegt na ich will nicht so viel verraten ich nehme nichts vorweg also kein spoiler alarm so wenn du mir gefallen tun willst lass ein abo da für den kanal und schon geht's los wir befinden uns hier zwischen rotalben und pirmasens im tal zur orientierung die bärenhöhle findet man naja wenn man den bären gefunden hat da hat es auch noch so ein kleines wasserbecken das dachte ich muss ich dir auch mal zeigen ja und ab hier würde ich sagen lasse ich die bilder sprechen weil hier sind die beiden höhlen übereinander liegend das wollte ich vorhin nicht sagen ja dann genießt die bilder viel spaß danke fürs schauen bis zum nächsten video so so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020